hallo wir sind heute im jugendtreff in odenheim wie ihr seht und wir machen weiter mit unserer interview reihe schön dass ihr wieder zugeschaltet habt wir haben wieder ein gast der uns etwas über grenzen erzählt werden ja auch das thema was ich gewünscht wurde dass es über um selbstbewusstsein geht und thema grenzen setzen gehört einfach mit da rein wir wollen uns damit beschäftigen und wir haben noch jemand als gast hier genau ich bin auch wieder dabei ich bin julia und für den jugendtreff in östringen zuständig genau ich bin allen von der bau da und ich arbeite in der beratungsstelle in östringen und das thema grenzen ist da immer wieder wichtig ein sehr wichtiges thema wenn es um mobbing geht oder nein sagen stopp sagen aber auch mich strukturieren ordnung schaffen da sind grenzen auch sehr wichtig und genau es ist ein sehr komplexes sehr umfangreiches thema heute geht es mir um die persönlichen grenzen das hat viel mit meiner würde zu tun und auch die würde zu schützen wenn die würde verletzt wird erleben wir das als unrecht und ja es geht eben darum ja wofür ist es wichtig die würde zu schützen und wie geht das eigentlich genau wofür sind grenzen überhaupt wichtig also grenzen sind wichtig weil sie uns zeigen was möglich ist also wo unsere möglichkeiten sind aber auch wo die beschränkungen sind also eigentlich was geht und was geht nicht zum beispiel jetzt in der corona zeit ist es ja so dass es einige einschränkungen gibt zum beispiel dürfen wir keine konzerte machen und das hat zum ziel dass wir geschützt sind also da geht es nicht nur um einen persönlichen schutz aber auch für die gesellschaft halt also grenzen zeigen eben was gut für mich ist und was nicht gut für mich ist und dadurch geben sie auch einen schutz also sie schützen uns vor gefahren oder vor überforderung vor überlastung dafür ist es wichtig ein beispiel zum beispiel wenn in der schule jetzt die schulstunde unendlich lange gehen könnte dann würden bestimmt manche lehrer das auch nutzen einfach weil sie so begeistert sind aber für die schüler wird es auf dauer unangenehm sein und die würden sich vielleicht langweilen oder dann doch mal lieber was anderes machen und dafür ist es wichtig dass die schulstunde begrenzt ist dass es einen zeitrahmen gibt wie lange die schulstunde dauert und dadurch kann ich mich dann auch wohlfühlen also die grenzen bieten ein geschützter rahmen in dem ich mich wohlfühlen kann und mich auch ausprobieren mich gucken was ich drauf habe oder ja was ich schaffe und eben auch ja wo es nicht mehr geht es gibt auch dieses wort komfortzone was viel mit den grenzen zu tun hat wo ich mich eben wohl fühle wo ich mich sicher fühle auch ordnung struktur orientierung das ist auch bei grenzen so dass sie orientierung bieten sie helfen uns effizient zu sein im verkehr zum beispiel dass wir rechts fahren das hat schon auch ein ziel weil wenn jeder nur fahren würde wo er wollte dann würde ich ja überhaupt nicht mehr vorankommen also es geht auch darum einfach durch routinen das leben zu erleichtern und wofür grenzen auch noch gut sind sie zeigen uns wo ich gerade stehe wenn ich zum beispiel eine mathe prüfung schreibe dann kriege ich am ende eine note bei raus und die zeigt mir dann ob ich das verstanden habe oder eben nicht und ob ich noch üben sollte oder mich noch damit auseinandersetzen sollte und da kann man auch die grenzen ausweiten wenn ich im sport besser werden möchte dann übe ich auch und kann meine grenze verschieben kannst du sagen was es für grenzen gibt also verschiedene arten vielleicht also es gibt viele arten von grenzen zeitliche räumliche grenzen schon ein glas ist eine grenze war ja nur begrenzt wasser reinpasst oder irgendwas anderes und es gibt gesetzliche grenzen zum beispiel ab welches alter darf ich auto fahren oder alkohol trinken das sind einfach dinge die das bestimmen und soziale grenzen so normen woran ich mich orientiere was ist normal was darf ich oder was ist gewünscht und es gibt eben auch zwischenmenschliche grenzen da geht es um meine persönliche grenzen was mag ich was ist für mich angenehm und eben auch was möchte ich nicht wo merke ich das ist dass ich das nicht mehr möchte und das da gibt es dann auf körperliche ebene grenzen also wie nah darf jemand mir kommen oder wie darf er mich anfassen eher fest oder mag ich das lieber weich so das sind einfach so persönliche präferenzen und es gibt auch emotionale grenzen da geht es mehr darum zum beispiel wie viel möchte ich in eine beziehung reingeben oder in eine freundschaft und wo merke ich jetzt habe ich so viel reingegeben dass ich das nicht mehr möchte oder es kommt nicht genug zurück und dann erreiche ich da eine grenze auch welcher ton toleriere ich wenn jemand mit mir schimpft oder irgendwie sauer auf mich ist bei manchen ist es ganz okay wenn es laut wird und andere würden sagen nee ich mag das nicht und das das ist einfach nichts nichts für mich so woran erkenne ich denn dass eine grenze überschritten wurde das ist eine sehr gute frage weil das ist ja sehr wichtig also um die grenze zu schützen muss ich erst mal erkennen dass da überhaupt eine grenze ist und wenn es um irgendwie dinge geht die ich mache dann erkenne ich die grenze daran dass ich angst bekomme oder überforderung spüre also ich merke dass es zu viel wird zum beispiel bei mobbing der herr krämer hat es in seinem video gesagt dass zum beispiel dass es sein kann dass jemand angst vor der schule bekommt und das ist halt so dass die person einfach überfordert ist mit der situation und dann merke ich dass ich angst bekomme und eben überforderung spüre es kann auch sein dass ich unsicher bin weil ich einfach merke ich weiß nicht ob ich das schaffe vielleicht wenn ich irgendwo drüber springen möchte und ich nicht so gut abschätzen kann komme ich über den traben oder werde ich nasse füße bekommen und ja das zeigt einfach so dass da eine grenze ist diese angst ist ganz wichtig weil die mir dann auch hilft darauf zu reagieren und zum beispiel unterstützung zu suchen oder mich zurückzunehmen oder hilfe zu holen also dafür ist es auf jeden fall gut das hilft auch wenn ich an eine grenze komme im zwischenmenschlichen bereich merke ich die grenze eher durch dadurch dass es weh tut das kann körperlich sein also wenn jemand mich wirklich körperlich angreift dann kann ich das ja nachweisen vielleicht habe ich einen blauen fleck und kann sagen ja das hat weh getan das ist sehr sichtbar im emotionalen bereich ist es so dass das nicht direkt sichtbar ist weil ich es ja nicht irgendwie erkennen kann aber es tut genauso weh da gibt so hirnforschungen die zeigen dass der schmerz der körperliche verletzungen auslöst genauso gleich ist im gehirn wie ein schmerz die eine emotionale verletzung auslöst und bei dieser emotionale ebene das habe ich vorhin schon gesagt da geht es um die würde also dass meine würde verletzt wird oder auch meine persönlichkeit oder ich persönlich angegriffen werde und das spüren wir dann auch dass das unrecht ist dass es ungerecht ist und da ist dann auch so ein impuls mich schützen zu wollen das kann zum beispiel sein dass jemand macht über mich ausüben möchte über mich bestimmen möchte oder auch so ab mich abwertet mich fertig macht beim mobbing ist es auch ein großes thema dass immer wieder grenzen verletzt werden und genau die grenze ist aber auch sehr tagesform abhängig und situations abhängig also an manchen tagen wenn ich gut geschlafen habe und vielleicht noch eine gute note bekommen habe und schönes gespräch mit meiner freundin hatte dann ist meine grenze vielleicht ein bisschen weiter dann halte ich bisschen mehr aus wenn ich schlecht geschlafen habe und dann gab es noch stress in der schule dann bin ich eher empfindlicher und wird schneller reagieren und letztendlich kann ich gibt es halt keine regeln wann eine grenze überschritten wird aber ich spüre dass ich merke dass das das eben weh tut und dass das ein impuls ist ich möchte mich jetzt verteidigen oder ich möchte mich jetzt schützen und daran merke ich dass die grenze überschritten wurde jetzt kannst du uns noch sagen was es mit mir macht wenn meine grenzen von jemand überschritten werden genau also das löst eigentlich immer so eine verletzung und auch eine wut aus und normalerweise ist es wichtig dass ich die wut zeige aber wir menschen können das auch dass wir diese wut unterdrücken also dass wir das nicht zeigen und das ist in manchen situationen sehr sehr wichtig und sehr sinnvoll wenn ich einfach sehe dass das ein bär vom kerl ist der mir gegenüber steht dann ist es vielleicht nicht so gut wenn ich das direkt zeige also wir passen das immer der situation an aber das auf dauer zu unterdrücken ist nicht gesund also das ist gefährlich für uns genau also erstmal kann ich das so ein bisschen erklären mit so einem glas wasser und zwar was passiert wenn ich das verschleppen zum beispiel wenn ich morgens aufstehe und ich bin irgendwie ich habe schlecht geschlafen bin ein bisschen schlecht gelaunt dann ist vielleicht mein glas so ein bisschen schon voll also da ist schon ein bisschen was drin also ich bin nicht ganz entspannt sondern ein bisschen anspannung ist schon da jetzt komme ich zur schule und der bus hat verspätung und ich komme zu spät und ich ärgere mich darüber aber weil ich halt sehr nett bin zeige ich das nicht so und das macht dann dass das glas noch ein bisschen voller wird dann bin ich in der schule und in der pause gibt es einer der immer so ein bisschen blöd ist und der versucht mir den schulranzen zu klauen und das ist einfach blöd und da wird das glas noch ein bisschen voller ich bin zwar weggelaufen aber ich habe mich geärgert und ich habe es halt einfach nicht gezeigt jetzt habe ich noch matheunterricht und mathe ist nicht so meins da bin ich nicht so gut drin und es gibt eine aufgabe die ich nicht lösen kann und auch da wieder ich ärgere mich wieder und wie ihr seht wird das glas immer voller so unter dem tag und ja vielleicht ist noch eine freundin in der pause wo ich mich verabredet habe nicht da und auch da wird das glas ein bisschen voller hoffe ich dass das wasser auch reicht genau und wenn ich dann nach hause kommen wenn ich dann nach hause kommen und ich habe eine kleine schwester oder ein kleiner bruder oder vielleicht auch mein vater oder meine mutter sagt irgendwas zu mir und fragt einfach ja wie war denn der tag und ich merke ich habe überhaupt keine lust zu antworten jetzt mal gucken und dann passiert ist dass diese ganze ärger oder vielleicht auch ist die schwester zu laut oder der vater sagt dass ich mein zimmer aufräumen soll was dann passiert das glas läuft über und was dann passieren kann ist dass ich einfach explodiert dass ich sagt jetzt reicht mir und überhaupt und ich schimpfe und schlag mit den türen und eigentlich ist es dann viel zu viel für die situation also das passt dann nicht mehr zusammen und das liegt auch nicht an dieser eine situation sondern das ist weil es sich so aufgestaut hat also wir menschen können dass dass sich das aufstaut und das kann eben dann dazu führen dass das nicht mehr ausgeglichen ist dass ich zu heftig reagieren und ja dann gibt es eben sauerei muss ich auch wieder gucken wie ich das auflösen kann mich das wiedergutmachen kann das ist alles gar nicht so leicht das ist ein ding was passiert wenn ich eben über meine grenzen menschen über meine grenzen gehen lassen und wenn ich das auf dauer mache dann kann es passieren dass ich das immer in mich rein fresse also so wie man das sagt und das was passiert ist dass es an mein selbstwert geht also ich spüre einfach dass ich selbst mein wert nicht verteidiger und das zeigt sich dann auch nach innen es kann sein dass es wirklich in sowas depressives geht oder dass ich auch angst habe zum beispiel in der schule zu gehen weil ich einfach weiß dass ich mich nicht gut schützen kann und das macht dann auch angst vor so verletzungen genau und eine gefahr dabei ist auch das andere das ausnutzen weil sie das dann auch spüren zum beispiel wenn jemand merkt dass ich ihm immer einlad wenn er halt kein geld dabei hat dann hat er vielleicht auch öfters mal kein geld dabei und ja dann muss ich halt immer zahlen und wenn ich mich nicht wehre dann passiert das immer wieder und ja wie gesagt das tut der psyche nicht gut weil ich einfach dann merke dass ich mein wert nicht schütze wie war ich denn meine grenzen sichtbar also wie kann ich da bewusst irgendwie stopp zeigen was gibt es dafür möglichkeiten also es gibt da zwei richtungen eigentlich also wenn jemand meine grenze verletzt das hängt immer auch ein bisschen davon ab wie die person zu mir steht wenn das jemand ist der mir wichtig ist den ich gut gerne den ich auch vertraue dann kann ich auch diese verletzung mehr zeigen also mehr so eine betroffenheit und was das mit mir macht diese grenzverletzung wie die andere bei mir macht zum beispiel wenn jemand immer zu spät kommt und ich merke langsam ja er hat mich das oder stört mich das ich kann natürlich wütend werden aber es ist auch eine möglichkeit dann zu zeigen hey es macht mir was aus und es geht mir nicht gut damit dann hat die andere person auch die möglichkeit darauf zu reagieren und wir können dann da eine lösung suchen vielleicht sagt der andere der schafft halt einfach nicht pünktlich zu kommen und vielleicht findet man so ein mittelweg oder so das ist so eine möglichkeit das würde ich eher machen bei menschen die mir näher stehen die mir wichtig sind und die andere möglichkeit ist es halt mehr diese wut zu zeigen und meine grenze zu schützen meine grenze zu verteidigen genau und was da wichtig ist ich brauche die grenze nicht zu erklären also ich muss nicht sagen ich mag jetzt das nicht mit dem zu spät kommen weil dann muss ich warten und das finde ich blöd und also das muss ich alles nicht sagen sondern ich kann einfach sagen nee mir gefällt es nicht ich fühle mich nicht wohl damit und das reicht genau und erstmal ist es dann auch wichtig dass der andere die grenze annimmt dass er die grenze achtet und dann kann ich immer noch schauen ob ich mich mehr erklären möchte wenn der andere nachfragt vielleicht oder ob ich sagt nee ich möchte mich nicht erklären ich möchte einfach dass die grenze geachtet wird es braucht mut um eine grenze zu zeigen so zum beispiel auch beim mobbing wenn ich jetzt außenstehender bin und ich merke dass also mir selbst geht es oft dann auch nicht gut damit wenn ich merke dass jemand anderes gemobbt wird und da dann was zu machen was zu unternehmen das braucht auf jeden fall mut oder auch wenn ich selbst merke dass irgendeine grenze verletzt wird wenn jemand zum beispiel mich beschimpft und ich sage nee das mag ich nicht und der andere sagt das war ja nicht so gemeint und das war nur ein witz oder so um dann zu sagen dass ich das wirklich nicht möchte muss ich ernst bleiben und auch das sehr deutlich sagen und eigentlich ist es nur wichtig dass der andere person dann aufhört dass er es dann bleiben lässt also da merke ich dann dran dass er das verstanden hat was ein bisschen ungeschickt ist beim nein sagen oder stopp sagen ist wenn ich nicht ganz klar bin also wenn ich dabei lächeln dann weiß der andere nicht mehr ob er das jetzt ernst nehmen soll oder nicht oder auch wenn ich bitte dabei sage wenn ich zum beispiel sage geh doch bitte ein bisschen weg oder so oder lass mich doch bitte in ruhe dann kann der andere einfach sagen den möchte ich nicht und dann geht macht er trotzdem weiter also ich muss da ganz klar sein was da hilft ist augenkontakt aufzunehmen auch eine feste stimme also deutlich vielleicht auch ein bisschen lauter zu sprechen also ich muss nicht schreien aber einfach deutlich zu sein eine aufrechte haltung ein ernster blick also das kann alles helfen um diese grenze zu unterstreichen und das deutlich zu machen was natürlich sein kann ist dass ich angst habe oder unsicher mich fühle das darf auch sein ich darf es nur nicht nach außen zeigen also wenn ich das zeige nach außen dann gibt es dem anderen dann wieder ein bisschen spielraum also es ist wichtig da sehr klar und deutlich zu sein und wenn ich merke dass mir das schwer fällt kann ich mir auch unterstützung holen zum beispiel ein freund oder eine freundin dazu holen und mal seine meinung fragen oder ja zu einem lehrer oder schulsozialarbeiter gehen und da unterstützung holen also da gibt es auf jeden fall auch möglichkeiten ja vielen dank dass du uns dann das thema mit reingenommen hast richtig schön dass du da warst wenn ihr noch fragen habt oder irgendwas dazu sagen möchtet oder einfach euch über das thema austauschen wollte ich super gerne melden entweder über instagram oder e mail oder telefon oder kommt in den jugendtreffs in odenheim oder östringen vorbei schön dass ihr dabei wart und bis bald tschüss so ja Musik Musik